Oxy, was machen wir auf einem Raumschiff? Ucri, ich hab absolut keine Ahnung, ich hab mich zu Iron Man verwandelt. Warum bin ich bitte Iron Man, ein Superheld? Keine Ahnung, Occi, aber schau mal, hier vorne ist der Map und alles. Und lass uns mal kurz nach oben gehen, was ist dort oben, Junge? Oh ja, ganz genau, Schildkrötengang, wir sind auf irgendeinem Schiff einfach. Ucri, das ist voll komisch hier. Warte mal, ich glaub, ich weiß es, Ucri, wir spielen heute einfach als Superhelden hier auf diesem Raumschiff, oder nicht? Und wir müssen auf eine Mission wahrscheinlich gehen oder sowas. Ja, und ich hab mich einfach zu Iron Man schon verwandelt, aber wer willst du sein? Occi, weißt du was, ich werd auch rein... Alter, du bist einfach hingefallen. Okay, ich würd sagen, Ucri, lass uns direkt auf riesige Mission gehen, wir beide. 3, 2, 1, was alle liken, Abo da, let's go! Occi, go! Äh, Occi? Autsch, Ucri, ich bin voll ins Wasser reingefallen und du? Ich bin voll auf den Bauch, auf meinen Popo gekneit, Alter. Ucri, ich ertrinke. Ucri, irgendwer bitte. Blablabla, blablabla. Du, ich bin jetzt mit der Anzug an. Ach, schnell raus hier. Alter, Ucri, wo sind wir hier bitte? Was müssen wir hier machen? Wir müssen, glaub ich, aus Superhelden heute die ganze Welt retten, ne? Ja, ich glaub auch, aber ey, Occi, wir können nur Superhelden werden, wenn ich herausfinde, wie ich meinen Koffer benutze. Oh ja, ich muss auch erst mal rausfinden. Ah, hier, ich seh's gerade, Leute, man kann immer einen Sammler, eine Ehrung und sogar Tor werden. Kennst du Tor, Ucri? Kennst du den eigentlich? Warte mal, einen Moment mal. Ah, schau mal, was ich gerade gemacht hab. Ich bin einfach Iron Man geworden, let's go! Ich auch! So zieht man sich also an. Oha, wie cool ist das bitte. Alter, ich kann fliegen. Komm mal her, ich will kurz was ausprobieren, ja? Komm mal ganz gut zu mir einmal. Aber ich komm zu dir. Eins, zwei, drei und hier, warte. Boom, ey, nimm mal das, Ucri. Boah, ich kann den attackieren. Hä, müssen wir gegen den attackieren, oder was? Irgendwie so eine riesige Waffe. Autsch, Alter, Ucri. Ich muss ehrlich sagen, aber wieso sind wir beide bitte Iron Man, hä? Wer müssen wir heute überhaupt werden? Das verstehe ich nicht gar nicht. Ich weiß, wir müssen heute kämpfen gegen... Guck mal, da hinten ist ein Schuss, komm mit, Oxi. Wir können sogar fliegen, Leute. Oha, okay, ich würde sagen, Leute, ich und Ucri werden heute die ganze Welt retten. Und zwar als Iron Man. Warte mal, ich glaube, Nelly wurde hinführt von dem bösen Venom. Wir müssen am Ende gegen Venom kämpfen. Hörst du, Nelly? Hilfe, Hilfe. Oh nein. Oha, ich bin runtergefallen. Ucri, hast du das gerade nicht gehört? Nelly wurde in den Führer. Die Banditen haben sie in den Führer, komm mit, Oxi. Warte, 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 wo bist du? Ich bin hier oben auf dem Berg. Nur oben auf dem Berg. Wo bist du bitte, Ucri? Oh, Mann. Ich sehe dich gar nicht, Ucri. Und so die Gass. Du kämpfst da hinten, oder? Und du musst mich die ganze Zeit zu Hause eilen. Alter, wenn du die Banditen besiegst, kriegst du Cash. Warte mal. Und mit dem Cash kann man sich dann mehr Sachen kaufen, denkst du? Oh, ja. Da kann man sich bessere Anzüge und so kaufen. Okay, Leute, schaut euch das mal an, wie cool ich hier einfach rumfliege. Ucri, hier unten sind welche am Kämpfen. Aua, Hilfe. Ich sehe dich, Ucri. Ich komme dir zur Hilfe. Pass auf. Okay, Schilkuhn Gang. Du musst unbedingt probieren, der allerkrasseste Iron Man zu werden. Boom. Alter, Ucri, ich werde dir alles vernichten. Einmal hier in die Luft fliegen und nimm das. Ah, mein Anzug ist kaputt. Mein Anzug ist kaputt, Oxi. Du musst mich retten. Ucri, warte, ich komme zu dir. Ich habe einen besiegt. Ich habe einen besiegt. Ich renne hier rein, Leute. Ich renne hier rein. Ich renne hier rein. Bamm, 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 bamm. Nimm das, Alter, nimm das. Hilfe, Oxi, kann ich mehr fliegen. Zack, 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 zack. Ucri, du musst halt probieren, so schlau zu spielen wie ich. Einfach einmal in die Luft. Oh nein. Nein. Oh nein. Mein Anzug geht auch langsam kaputt. Nimm das, Alter. Boom. Ich versuche, die noch abzuschießen. Alter, wie cool ist das, bitte. Noch ist mein Anzug ganz. Bam, 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 bam. So, und jetzt noch einmal hier die Nummer 1 nehmen, Leute. Oh, oh. Noch ist mein Anzug ganz. Das tat echt ein bisschen weh. Weißt du, was gerade mit meinem Anzug passiert ist? Du bist nur Oxi. Ucri, ich muss mich verstecken, rette mich. Oh nein, Schildkrötengang, ich wollte doch die Welt retten. Du musst zusammen kämpfen. Ucri, ich verstecke mich erst mal hinterm Stein. Ja, du musst mir irgendwie helfen. Bam, 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 bam. Ich komme auf mich zu, die Bösewichte. Wo bist du, Oxi? Jetzt vernichte ich sie. 1, 2, 3, nimm das. Ich sehe dich, Oxi, ich komme zu mir. Ich brauche ganz dringend gerade Hilfe. Mein Anzug ist wieder ganz. Mein Anzug ist wieder ganz. Jetzt regeneriert es alleine. Lass mich in Ruhe. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich kämpfe für die Schildkrötengang. Alter, Ucri, du bist der Beste. Wir sind ein Team, Alter. Oh ja, wir sind die zwei Ironmans der Neuzeit. Okay, sehr gut. Komm, wir pushen weiter vor. Den besiege ich jetzt. Bam, hast du das gesehen, Ucri? Guck mal hier. Bam, let's go. Weißt du, Oxi, jetzt von oben. Alle kommen nach oben. Oh ja, aber Ucri, wie hast du deinen Anzug wieder ganz gemacht? Man, du hast fast schon kaputt. Ich weiß, du hast von selber regeneriert. Bam. Ich würde sagen, Leute, ich füge erst mal in die Luft und mache das, um Ucris zu supporten. Wartet hier einmal. Eins, zwei, drei. Bam, 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 bam. Mein Anzug ist regeneriert, Ucri. Jetzt ist King Oxi Showtime. Nimm das. Oxi, ihr habt das Dach jetzt zerstört. Schau dir das mal an. Ucri, du hast dich irgendwie verwandelt bei mir. Alter, nee, das bist du gar nicht. Bei mir ist hier ein anderer, der hilft uns auch. Oh, ich bin gestorben, Oxi. Ich bin gestorben, Ucri. Nein, oder? Nein, Leute, lasst alle Like und Abo da, damit er wieder zurückkommt. Ganz schnell, Leute. Ich komme ganz schnell zurück. Ich muss erst mal fliehen, Ucri. Ich habe schon 1.000 Cash. Bei 7.000 Cash können wir uns ein neuer anzukaufen. Der ist bestimmt richtig gut. Alter, das ist sehr, sehr gut. Ich habe auch schon 700 Cash. Ucris Rocker, wir müssen einen Nelchen finden. Die ist irgendwo hier vorne. Ganz genau, komm bitte wieder zu mir. Ja, ich bin hier noch am Kämpfen. Es ist komplett am Eskalieren. Ey, noch sieben Leute sind am Leben. Noch sieben Leute steht bei mir. Nimm da, Alter. 3, 2, 1. Bam. Let's go, let's go, Leute. Das ist der Boss wahrscheinlich. Alter, ich habe mich fertig gemacht. Nur sechs Leute, nur noch sechs Leute, Oxi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ucri, bitte komm und rette mich. Alter, Ucri, du bist gleichzeitig reingeputscht und gleichzeitig meinen Strahl aktiviert. Alter, ich habe es auch toll im Cash. Okay, ich würde sagen, hier vorne auf dem Dach ist noch einer. Lass ihn auch noch fertig machen. Das ist echt ein Scham, ne? 1, 2, 3, nimm das. Boah, Junge. Alter, ich bin der coolste Iron Man. Ich würde sagen, wir haben hier das ganze Dorf schon geklirrt. Da ist nur noch einer. Lass mal schauen, ob hier sich irgendwo Nelly aufhält oder nicht. Was sagst du dazu, Ucri, kleiner Mann? Oh, da oben ist einer, oder? Zack, ja, 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 ja. Bam, 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 bam. Das war es mit ihm, Junge. Hä? Was ist das hier? Anniperations. Okay, ich würde sagen, Ucri. Wo ist Nelly, wo ist Nelly, wo ist Leia? Wo ist Leia? Ich habe keinen Augenblick. Alter, wie viele Iron Manz hier sind, Junge? Oh ja, wir sind Team Iron Manz. Der Einer hat voll den krassen Anzug. Schau mal. Alter. Wir müssen ihn auch auf jeden Fall haben. Okay, wir haben das auch ein Stück. Nelly ist nicht in diesem Dorf. Ich habe 3.000, wie viel hast du? Ich habe auch schon 3.000, oh yeah. Oxy, lass uns hier rum hin. Auf den Berg, komm mit. Lass uns auf den Berg gehen. Hier vorne ist ein Bandit. Ucri, mach ihn fertig. Der möchte uns bestimmt irgendwie irgendwas Stübbes machen. Alter, wir müssen Nelly finden. Die sind in irgendeinem Dorf hier versteckt worden. Nelly, wenn du uns hörst, rede mal. Nelly, rede mal. Nelly, in welchem Dorf bist du? Nelly, sag uns bitte. Wir sind in irgendeinem Haus drin. Warte mal, irgendein Haus. Vielleicht ja hier in dem Haus. Ich werde kommen. Ucri, Ucri, halt durch, halt durch, halt durch. Lust, Lust, Lust. Ich bin schon wieder draufgegangen. Oh nein, das kann nicht wahr sein, Oxy. Okay, du bist schon wieder draufgegangen. Alter. Ja. Ich bin hier gerade der beste Iron Man. Ich klär hier irgendwie gerade das ganze Dorf, Bro, alleine. Oh, du hättest auch Iron Man. Ich komm ja schon, guck mal, ich mach Superboost, Alter. Bam, 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 bam. Ich hab gerade gegen Iron Man gekämpft. Okay, Leute. Oh nein, oh nein, er macht mich platt. Ucri, ich glaube, ich gehe gleich auch drauf. Ich rette dich, Oxy. Oh nein, Ucri. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, Ucri. Schnell hinter den Stein erstmal, Leute. Wow, Hubs genommen. Weißt du was, Ucri, es reicht mir. Weißt du, ich bin gerade richtig sauer. Nein, Autsch, Ucri, ich wurde irgendwie weggekickt. Oh, Alter, wo flieh ich hin? Oh, ich bin einfach auch gestor. Ich wurde ins Grab geschickt, Ucri. Ja, egal, ich rette dich. Ich würde sagen, Schildkröten-Gang, mir reicht es echt. Ucri, ich werde jetzt hier ein paar Robux aufladen. Werd mir ein richtig krasser. Ey, ist das ein Gegner, Leute, oder ist das einer von uns? Ucri, für 200 Robux kriegst du so viel Bargeld. Das ist einer von den bösen Iron Man. Ja, ja, ich glaube, deswegen hat er mich auch fertig gemacht, der Fiesling. Ich dachte erst, er ist einer, der lieben. Oh nein, der zerstört mich, der zerstört mich, Oxi. Ucri, ich renne lieber weg, der ist zu stark. Komm lieber an den Rollen. Wir holen uns jetzt richtig krasse Anzüge, oder nicht? Aber ich habe auch nicht genug Cash, Oxi. Ich versuche hier vorne, warte mal. Hol dir einfach Cash, Ucri, vertraut mir doch einfach. Bam. Versuche hier noch ein paar Leute zu holen, da habe ich mir ein bisschen Cash kriegen. Wir werden uns jetzt hier einen richtig krassen Anzug holen, oh yeah. Okay, Ucri, komm her, schau mal. Ich werde mir jetzt hier vorne einfach einen Laserstrahl kaufen und einen Flammenwerfer, oh yeah. Und ich werde mir sogar einen Sonic Blast kaufen. Boom, ey. Okay, Ucri, ich würde sagen, ich bin ready zum Kämpfen. Bist du auch bereit? Ey, wo hast du das geholt? Wo hast du das geholt? Ich habe mir 200 Roblox einfach aufgeladen. Mach das auch schnell. Alter, man kann hier nicht eine Pickstole holen, einen Zepter. Oh ja, oh ja, oh ja. Hol dir irgendwas davon, Ucri. Dann komm schon mit, wir gehen nochmal in den Kampf rein. Warte mal, ich muss mir hier Roblox holen, Leute. Let's go. Ucri, ich stecke mir im Stein fest. Ich kaufe mir jetzt richtig krasse Sachen, Alter. Sagen Leute, Ucri kauft sich gerade krasse Sachen. Ich verwandle mich direkt wieder zum Iron Man. Boom, ey. Und jetzt, Ucri, willst du mal meine neuen Fähigkeiten dir anschauen, oder was? Ich bin echt mal gespannt, wie du die findest. Ich kann jetzt einfach hier da hier vorne werden, Alter. Was? Dein Ernst, Ucri? Ich kann jetzt? Hä? Wo sind die Fähigkeiten überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal nachschauen. 1.500 kostet der Toranzug. Was? No way. Hier, ich kann die ausrüsten. Boom. 1, 2. Ah, man kann nur zwei maximal freischalten. Okay, Ucri, ich habe zwei neue. Warum? Sie ist im Glückstag für 30.000. Ucri, komm runter, komm runter, komm runter, Ucri. Nein, ich habe den schlechtesten bekommen. Zeigen, ja? Okay, Schildkröten. Ja, warte, ich komme. Ucri, kommst du gerade runter, oder was? Oh, yeah. Ich komme, Ocri. Okay, ich will dir meine neue Fähigkeiten zeigen, ja? Ich habe einen neuen Anzug, Ocri. Warte, zeig dir einen neuen Anzug her. Ich bin sowas von gespannt, Leute. Schau dir jetzt an. Wo bist du? Okay, Freunde, da ist jetzt Ucri. Alter, hast du dir jetzt mal einen neuen? Schau dir meinen Anzug an. Oh, yeah, ein grüner Anzug. Ucri, willst du dir mal meine Fähigkeit anschauen, ja? Alter, willst du dir mal meine anschauen? 1, 2, 3, okay, zeig erst mal deine. Ucri, das ist ein ganz normaler Laserstrahl. Schau dir mal meine an. Bam! Was war das denn? Und ich habe sogar einen Flammenwerfer. Ja, guck mal, das ist ja Ucri. Warte mal. Alter, Junge, Leute. Was macht das? Ist das ein Schutschel? Ah, das ist ein Schutschel, ja? Das ist cool, ja, wirklich. Ey, ich mache das ja cooler. Das ist keine coole Fähigkeit, sei dir ehrlich. Und Flammenwerfer habe ich aber auch. Okay, Ucri, ich würde sagen, ich kann mir auch einen Anzug holen. Wo holt man sich Anzüge überhaupt? Ey, das soll in die Stadt gehen. Ich will erst mal einen neuen Anzug haben. Wo holt man sich einen neuen Anzug? Du musst oben den kaufen, ne? Oben kaufen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal nach oben, hol mir einen coolen Anzug und dann werden wir gemeinsam gegen Verbrecher kämpfen. Und hörst du, Nelly, sie schreit wieder. Oh nein. Nelly, wir retten dich. Nelly, wir kommen hier im Moment halt einfach durch, Kleine. Ey, Stadt, Sie müssen mich retten. Okay, Sie ist in der Stadt, lass da schnell hin. Warte, ich hole mir schnell meinen Anzug. Okay, Schildkrötengang, ich würde sagen, wir holen uns hier direkt den Anzug. Ucri, warte unten auf uns. 3, 2, 1, mal schauen, welche wir bekommen. Und wir haben einfach Nachtops bekommen. Ey, Ucri, ich habe direkt das Beste bekommen, ne? Bro, oha. Ucri, ich habe den besten Anzug einmal bekommen. Bro, hörst du mich? Nein. Wie, welchen hast du bekommen? Ich habe Nachtops bekommen. Ich glaube, der ist richtig gut. Alter. Ey, sag mal, für 3, 2, 1, oder was? 3, 2, 1, für 100.000. Schau dir das mal an. Buh. Für 100.000 hast du ihn gekauft. Schau mich an, wie ich aussehe. Okay, ich bin bereit, Nelly zu retten. Bist du auch bereit, Kleiner Ucri, oder was? Hast du wirklich den für 100.000 geholt? Oh ja, weil ich so sauer bin, weil er einfach Nelly entführt hat. Weißt du das denn nicht? Alter, okay, warte mal. Dann musst du mir auch hier irgendwas holen, oder? Du musst ja auch unbedingt etwas holen. Und sagen, Leute, wir holen uns hier noch einmal die Fähigkeit hier einmal. Ich hole mir einen für 7.500, weil ich habe nicht genug cashed, Alter. Bam, bam, bam. Nein, ich kriege nur was gröneres. Och man, Ucri, du Arme. Okay, Ucri, ich würde sagen, lass uns auf jeden Fall gemeinsam Nelly retten. Du mit deiner Unzerstörbarkeit und nicht mit meinem krassen neuen Anzug. Wir werden jetzt gemeinsam Nelly retten, okay? Let's go, let's go, let's go. Wir retten sie. Aber einen Moment, doch. Ich kaufe mir noch einen Anzug, Leute. Okay, Leute, einen Anzug noch, einen Anzug noch. Boah, okay. So, ich hole mir noch einen Anzug, Ocri. Ich bin ready to fight. Bist du auch ready to fight? Ich bin auch ready to fight. Ich habe schon wieder nur was Blödes bekommen. Och man, Ucri, los auf Luft, bitte. Okay, komm, wir gehen gleich in den Kampf, wir gehen gleich in den Kampf rein. Let's go. Oh, Leute, ich habe jetzt einen krassen hier vorne. Let's go, Ucri. Alter, Ucri, schau mal, schau mal, schau mal. Du bist blau und ich bin grün. Das passt sogar perfekt. Das hast du gerade gesehen. Komm, komm, komm. Ucri, du bist blau und ich bin grün. Bro, hast du das gerade gesehen? Schau mal, schau mal, schau mal. Ja, habe ich auch. Alter, wie cool ist das? Okay, Leute, ich würde sagen, ich und Ucri gehen jetzt direkt zu Nelly und werden Nelly retten gehen. Let's go. Oh, yeah. Wo sind die Band? Pass auf, sind irgendwo hier unten. Komm, 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 komm. Hier unten sind ganz viele Band, die haben Nelly entführt. Schau mal, Ucri, da hinten, da hinten, da hinten, 25, 25. Komm, da hin, komm, da hin, komm, da hin. Okay, Ucri, ich fliege da direkt hin. Siehst du das? Hier vorne. Ich sehe das. Hier vorne. Ich komme mit dir. Wir fliegen da rein. Sagen, Ucri, ich werde direkt meine krasse Attacke einmal aktivieren. Den Uni-Beam. Boom. Alter, ich habe ein wenig, wenn ich den. Let's go. Sonic Blast. Und, ey, guck mal hier. Laser strahlen. Bam, 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 bam. Nimm das alle. Und Laser. Let's go, wir machen die fertig. Alter, der ist das so krass. Bam, 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 bam. Ich habe ihn fertig gemacht. Den ein. Komm, hier, Blasen, schau mal. Ich aktiviere das. Jetzt können die nichts mehr machen. Und jetzt. Zack, zack, zack. Und jetzt werde ich den hier einsetzen, Leute. Alter, ich habe ihn so weggeflammt. Boah. Ich habe ihn so weggeflammt. Alter, wie cool ist das, bitte? Okay, Ucri, warte mal. Schau dir mal meine Fähigkeiten an. Oh, das ist so stark, Junge. Bam. Drei, zwei, eins. Let's go. Der Laserstrahl ist auch stark, Junge. Alter. Boah. Alter, Ucri, schau dir mal meinen Uni-Beam an. Das ist die... Äh, Bro, kennst du den Uni-Beam? Das ist die stärkste Attacke von Iron Man, ne? Kennst du die? Echt? Ja, ich habe die. Ich habe die, Ucri, mit dem Anzug hier. Willst du die mal sehen? Drei, zwei, eins. Bam, Uni-Beam. Wo bist du? Bam, schau mal, ich zerstöhe. Oh, ich habe es gesehen. Ich habe es gerade gesehen. Alter, mach es mal. Okay, Leute, gleich werden wir einfach in der Lira enden. Alter, Flammenwerfer ist auch krass. Flammenwerfer ist richtig op, habe ich auch schon bemerkt. Bam, 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 den haben wir auch besiegt. Oh, mein Anzug geht kaputt. Okay, ich muss mich kurz zurückziehen, ja? So, bam, bam, bam. Alter, die sind echt schlecht. Wir müssen auf jeden Fall zusammen agieren und zusammen gemeinsam... Äh, warte mal, ich wurde das gerade geschickt, Ucri. Ich komme zurück, schnell, warte. Wie? Ich mache Blasenschild, Leute, jetzt packen wir... Ucri, mach dir keine Sorgen. Drei Leute neben noch. King Org, sie kommt von oben und wird alle besiegen. Drei, zwei, eins. Nimm das, du Fiesling. Bam. Alter, let's go. Ich würde sagen, nach vorne... Haben wir alle besiegen? Nein, das ist noch einer. Das ist noch einer. Das ist der Boss, das ist der Boss. Besiegen, besiegen, besiegen. Hast du den Boss? Abi, let's go. Da hinten sind noch welche. Okay, ich würde sagen, irgendwo muss Nelly sein, oder nicht? Was willst du gegen mich kämpfen, oder was? Ja, okay, Ucri, wenn du kämpfen willst, ich bin bereit zum Kampf. Drei, zwei, eins. Okay, nein, das war's, aber wo ist Nelly jetzt? Komm her, Ucri. Wir kämpfen. Oh yeah, ich komme dir hinterher. Es geht jetzt darum, wer der coolste Iron Man ist. Hast du da Bock drauf, oder was? Okay, komm, wer schneller ist. Okay, drei, zwei, eins, let's go, wer schneller ist. Aber Ucri, lass uns doch erst mal Nelly retten. Das ist doch viel wichtiger, oder nicht? Aber wo ist sie denn? Sonst, sie meint immer ein cooles System. Warte, sie redet schon wieder. Nelly, huhu, wo bist du, Nelly, kleine? Ich bin der Sport jetzt, sie haben mich in die Stadt. Ey, hier vorne, hier vorne ist der ultimantive Boss, komm mit, Junge. Warte, warte, Ucri, ich mach hier den Uni-Beam auf seinen Kopf. Baa, warte, 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 ich hab ihn. Du hast den Uni-Beam gesehen. Alter, wir haben ihn vernichtet. Wir haben ihn zerstört. Das ist ja ein Führer wahrscheinlich gewesen. Ich würde sagen, lass uns einfach immer, Alter, das war bestimmt der Führer. Lass ein Like und ein Abo, damit wir Nelly finden. Ucri, ich würde sagen, lass uns immer zusammen die Leute angreifen, ob da sind wir stärker, oder nicht. Ganz genau. Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge. Alter, es ist bestimmt Nelly, oh. Oh, Mann, Attacke. Baa, Mann, nehmt das, Mann, boom, zack, zack, zack. Nehmt das, ihr Bösewichte, ihr seid sowas von fies, dass ihr Nelly entführt habt. Oh, Laserstrahl. Werd ich euch niemals verzeihen. Boom, boom, boom. Let's go, let's go, let's go, Schildkröten-Gang. Wir werden alle platt machen, weil die einfach... Alter, wie viele sind das, Auxi, Hilfe. So, boom, 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 boom. Zack, zack, zack. Äh, Ucri, die können ganz schön gut sprayen. Hast du das schon bemerkt, dass die echt gut schießen können? Ja, die sind echt stark, Junge. Oh, yeah, auf jeden Fall. So, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein paar Attacken gekauft, die sind gar nicht mal so gut, Alter. Die machen gar nicht so viel Schaden, es bringt gar nicht so viel. Deswegen, ich werde auf jeden Fall gleich einmal... Ne, das schreit ist richtig auf Fernkampf, Junge, das ist richtig krass. Ja, 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 ja. Okay, ich werde hier erstmal wegfliegen, Ucri. Ich bin mitten im Zaun, hilf mir, hilf mir, hilf mir, ich bin im Fokus. Ucri, 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 schnell weg hier. Du bist so, Auxi. Nein, 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 ich bin hinter der Mauer, ich bin hinter der Mauer, ich bin erstmal sicher. Leute, das... Alter, was ist das bitte? Ich würde sagen, ich werde hier einmal direkt Flammen... Kommst du hier? Unibeam, habe ich gar nicht ausgerüstet. Alter, Auxi, ich glaube, wir haben Nelly gefunden, die ist hier im Haus drin. Warte mal im Haus, okay, ich würde sagen... Ah, ich bin jetzt von meinem Haus. Okay, sie ist im Haus drin. Okay, ich habe sie. Komm hier oben hin, da können wir sie attackieren. Ich komme, ich komme, ich komme. Okay, wir haben Nelly jetzt schon gerettet, wir müssen jetzt doch hier ganz schnell die Bösewichte besiegen, oder nicht? Was sagst du? Ja, ganz schnell, aber da ist auch andere... So, ich würde sagen, Ucri, schau dir mal eine neue Attacke an. Drei, zwei, eins, nehmt das, ihr Fieslinge, bam, bumm, Alter. Das ist eine Raketenattacke, oh ja, die ist super cool, findest du nicht? Bam, Auxi, was hast du mit mir gemacht, Ucri? Junge, du hast mich aber voll weggeprescht. Das war nicht, ich bin da vorne. Hä, wieso macht ihr so etwas mit mir, das ist voll ehrenlos, oder nicht? Wir sind doch im Team, müssen wir doch spielen. Das war ehrenlos, Junge. Bam, Alter, nehmt mal das hier alle. So, drei, zwei, eins, bam, 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 bam. Alter, die Attacke ist cool, Leute, damit kann man nämlich mehrere Leute einfach gleichzeitig attackieren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, weil da man immer so eine krasse Nachladezeit hat, habe ich das Gefühl, Ucri, die normale Standardattacke ist irgendwie die beste. Ist so vikär, ich komm, du kannst alles einsammeln. Irgendwie ist die Standardattacke die beste, findest du nicht, Bro? Ich glaube, der Laserstrahl ist ein bisschen besser, glaube ich. Okay, Ucri, der letzte Gegner, bist du, nimm das, Ucri, bam, Alter. Ah, zack, das hat gesessen, oder nicht? Nimm das, Ucri, du bist mein letzter Gegner, den ich zerstören werde. Ey, der sieht so cool aus, wenn man die Angst wieder anzieht. Bam, 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 bam. Zack, 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 zack. Das war's mit dir, wir haben Ucri auch noch zerstört, oh yeah. Hey, du hast mich getötet, was? Ja, weißt du, warum Ucri? Weil ich einfach richtig der stärkste Iron Man bin, oh yeah. Okay, Schildkrötengang, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, ist doch unbedingt ein Like und Auber. Hier restet uns wieder noch weiter, echt mit einem coolen Roblox-Video. Checkt unbedingt einmal den kleinen Ucri-Blogs aus, Leute. Und ja, freut mich auch noch einen schönen Tag, Ucri, hau rein. Ja, wir haben Nelly gerettet, oder nicht, Ucri? Tschüss, Leute, abonniert, danke, dass du mich gerettet hast, Orksi. Und Ucri auch, ihr seid voll nett. Ich glaube, ich mag dich mehr, Orksi. Und Leute, ich würde sagen, tut unbedingt aufs nächste Video drauf. Drei, zwei, eins, let's go. Tschüss, ihr seid die besten Schildkrötengang, ich liebe euch. Tut aufs nächste Video drauf.